Die Amphibienwanderung 2024 Dann hält unsere Amphibien nichts mehr. Sie brechen auf und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Heute Morgen durfte ich die ersten Salamandadamen hier in Heidelberg auf dem Weg zu ihren Laichgewässern beobachten. Den Winter haben sie scheinbar sehr gut überstanden und ich bin immer wieder fasziniert, wie zielsicher sie ihre Laichgewässer finden. Durch die guten Niederschläge in der letzten Zeit sind diese gut gefüllt und es könnte ein gutes Jahr für unsere Amphibien werden. Kurz vor dem Erreichen der Bach hält diese Salamandadame still und schaut sehnsüchtig hinunter zum fließenden Wasser. Nun werden auch bald die Erdkröte, der Bergbolsch und der Grasfrosch losziehen, sowie auch andere Amphibien in unserer Gegend. Um zu ihren Laichgewässern zu gelangen, müssen die Amphibien jedoch vielerorts Straßen überqueren. Leider werden sie dort auch immer wieder überfahren. Wenn auch ihr für den Natur- und Artenschutz aktiv werden möchtet, dann wendet euch an den NABU Heidelberg unter info at nabu-heidelberg.de oder schreibt mir eine Mail an wildesheidelberg at gmx.de Niemand ist zu alt oder zu jung, im Stadtgebiet gibt es viele Strecken, die besonders für Eltern mit Kindern geeignet sind. Wir werden uns sehr freuen, wenn wir euch als neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer begrüßen dürften. In der Zeit von Mitte Februar bis Ende März, Anfang April gilt ganz klar der Grundsatz Achtung, aufpassen, nicht drüber fahren. Vielen Dank für euer Verständnis. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr über die Reptilien und Amphibien in Heidelberg. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund.